Die Saiko Saiko-Matic. Vier Gründe, warum ich sie nicht mag, obwohl sie meine Jahrgangsuhr ist. Zum einen die Größe am Arm, nicht mehr ganz zeitgemäß, passt nicht in jedem Fall bei mir. Punkt zwei, ein Plexiglas, damit leider sehr kratzanfällig, was ich sehr schade finde. Punkt drei, die Wasserdichtigkeit. Bei einer Vintage-Uhr in dem Alter würde ich es auch, selbst wenn sie gegeben wäre, nicht mehr austesten wollen. Das finde ich eigentlich wirklich schade und Punkt vier, nachts überhaupt nicht ablesbar, keine Leuchtmasse bei Vintages eigentlich zu erwarten, aber hier auch vom Hersteller überhaupt nicht vorgesehen.